Andi, herzlich willkommen nochmal auch von unserer Seite beim FC Augsburg. Genau eine Woche läuft der Trainingsbetrieb. Schilder mal deine ersten Eindrücke vom neuen Verein, vom Umfeld, von der Stadt. Ja, meine Eindrücke sind durchweg positiv. Ich bin hier sehr gut aufgenommen worden. Ich habe den Verein ja ausgesucht, weil ich dachte, dass es ähnlich familiär zugeht wie in meinem Heimatverein in Bochum. Und ich glaube da einfach der FC Augsburg hat trotz sportlicher Ambitionen und trotz der Bundesliga nie vergessen, wo er herkommt. Und ich glaube, das spürt man überall hier. Und ich habe einen sehr, sehr guten Eindruck von der Stadt. Ich wohne direkt im Zentrum. Die Mannschaftskollegen sind super. Und ich glaube, ich habe da die richtige Entscheidung getroffen. Du hast ja ganz lange in Bochum gespielt. Ich habe auch gelesen, dass dir so eine Kontinuität ganz wichtig ist. Was hat am Ende für Augsburg den Ausschlag gegeben? Ja, es waren einfach die Gespräche, die mich da komplett überzeugt haben. Ich war hier, habe mir alles angeschaut, habe mir die Stadt angeschaut und das Gesamtpaket war einfach für mich total überzeugend. Und ich glaube, da habe ich die richtige Entscheidung getroffen. Da wurde ich eigentlich mehr oder weniger schon bestätigt jetzt in der ersten Woche. Und ja, ich freue mich einfach drauf auf die nächsten vier Jahre und möchte dazu beitragen, dass der FC Augsburg weitere vier Jahre in der Bundesliga bleibt. Du trägst die Nummer eins auf dem Trikot und auch auf den auf den Trainingsklamotten. Kannst du kurz schildern, wie die Auswahl der Rückennummer abgelaufen ist? Ja, also ich hatte jetzt jahrelang die Eins in Bochum und wollte aber hier den richtigen Weg gehen und habe dann einfach bei der aktuellen Nummer eins der letzten Saison fragen lassen, ob er die Nummer wechseln möchte. und Marvinitz hat es verneint. Er wollte bei seiner Nummer bleiben und dann habe ich die die frei gewordene Eins genommen, was bei Torhütern ja sowieso mehr oder weniger unabhängig vom Spielen ist. Und das erschien mir der richtige Weg, die richtige Vorgehensweise und ich denke, das ist auch absolut okay. Da steht ein Teamgedanke dahinter. Du hast auch schon mal gesagt, dass Torhüter so ein eigenes Team im Team sind. Kannst du das ein wenig erläutern, wie du das gemeint hast? Ja, also das Torhüterteam zusammen mit dem Torwarttrainer ist eine sehr, sehr eingeschworene Einheit. Er verbringt viel Zeit auf dem Platz zusammen und trainiert Torhüter spezifisch und da glaube ich einfach, dass ein gutes Klima innerhalb dieses Torhüterteams ganz, ganz wichtig ist, damit der Torhüter, der am Wochenende auf dem Platz steht, die bestmögliche Leistung bringen kann. Und dafür ist jeder Torhüter in diesem Team einfach auch verantwortlich. Und so sehe ich auch meine Rolle. Wir müssen uns gegenseitig unterstützen und das ist ganz, ganz wichtig im Profifußball. Wir haben gelesen, dass du in einem Interview mal erwähnt hast, eine besondere Begegnung auch schon mit Dirk Schuster, dem neuen Trainer. Kannst du da ein bisschen was darüber erzählen, womit das zu tun hat? Ja, also es war so, dass wir mit dem VfL zu Hause gegen Darmstadt gespielt haben und ganz, ganz lange 1-0 zurückgelegen haben. Kurz vor Schluss hat mein Trainer, Peter Neuer, mich dann mit nach vorne geschickt und dann habe ich wirklich in der letzten Sekunde quasi die Vorlage zum Ausgleich gegeben, per Kopf. Und dann saß ich nach dem Spiel noch mit Dirk Schuster später zusammen und wir haben einfach noch ein bisschen rumgeflaxt. Er hat natürlich, klar, für ihn waren es zwei verlorene Punkte. Für uns war es ein gefühlter Sieg, aber das war so ein bisschen der Einstieg. Und ja, daher kenne ich ihn ganz, ganz kurz noch. Und du weißt ja auch, dass wir einen weiteren torgefährlichen Torwart hier im Team haben. Das weiß ich, dann kann ich die Serie fortsetzen. Sehr gut. Neben Fußball studierst du auch noch. Du stehst jetzt, glaube ich, kurz vor deiner Bachelorarbeit. Wie verträgt sich das, Leistungssport und das Studium? Auch das verträgt sich eigentlich ganz gut. Ich bin da relativ unbedarft drangegangen, habe mir auch keinen großen Stress gemacht. Nutze einfach die Zeit, die mir übrig bleibt, ohne groß Druck aufzubauen und das funktioniert ordentlich. Also ich habe sehr, sehr viel Spaß daran, mich nebenbei, neben dem Fußball ein bisschen mit anderen Themen zu beschäftigen. Und war immer so mein Ausgleich, weil ich einfach auch, bevor ich Profi war, schon an der Uni war. Ich bin relativ spät Profi geworden, war zu dem Zeitpunkt an der Uni und wollte das dann nie so richtig aufgeben. Oft hat man den Eindruck, Außenstehende zumindest, dass Fußballprofis in ihrer Freizeit nur Playstation spielen. Ist das auch was für dich oder bist du so ein ganz anderer Profi oder ein eigener? Ach, will ich gar nicht sagen. Also ich schließe einfach nichts aus. Ich mache das, worauf ich Spaß habe, neben dem Fußballplatz. Und da sollte jeder seinen Weg finden, damit umzugehen, seine Freizeit zu verbringen. Und da ist einfach jeder Mensch auch anders. Wichtig ist ja, dass er mit Spaß dann am nächsten Tag und ausgeruht am nächsten Tag ins Training gehen kann oder ins Spiel gehen kann. Und wir sind Fußballprofis und das sollte einfach ganz oben stehen. Und was dann in der Freizeit gemacht wird, das bleibt mehr oder weniger jedem selber überlassen. Auch etwas, eine super Sache, du engagierst dich sozial, hast auch ein eigenes Projekt ins Leben gerufen. Willst du das uns und unseren Fans kurz vorstellen? Klar, also ich habe vor gut einem Jahr das Projekt In Safe Hands ins Leben gerufen. Das ist eine Initiative deutscher Profiteuter, die sich zusammenschließen und sich sozial engagieren. Wir organisieren integrative Torwarttage, wo in Deutschland verwurzelte Kinder und zum jetzigen Zeitpunkt Flüchtlingskinder zusammen auf den Platz kommen. Und ausgestattet mit Torwarthandschuhen und Trainingsklamotten dann zusammen eine leichte Torwartheinheit bekommen. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Viele Kinder hatten vorher noch nie Handschuhe an, noch nie einen Ball in der Hand. Und nach wenigen Minuten ist dann einfach der Unterschied zwischen den einzelnen Herkünften nicht mehr zu sehen. Und das ist für mich Integration und das macht mir sehr, sehr viel Spaß. Wie wichtig ist dir das auch, als Fußballprofi sich für sowas zu engagieren? Machst du ja auch in deiner Freizeit. Ja, also das ist mir absolut wichtig. Ich meine, der Fußball hat mir auch selber viel gegeben, einfach persönlich und hat aus mir einen anderen Menschen gemacht, weil ich einfach früh zum Sport gefunden habe und dadurch gewachsen bin. Und das wünsche ich jedem Kind und möchte das damit einfach auch ein bisschen, ein Stück weit weitergeben. In Augsburg gibt es tolle Spezialitäten, kulinarisch. Wirst du trotzdem so eine echte Dönninghauswurst vermissen in deiner Zeit hier? Also die Dönninghauswurst ist natürlich im Ruhrgebiet legendär, das muss man einfach sagen. Ich bin erstmal offen für alles, was auch hier die kulinarischen Dinge angeht und möchte mich auch komplett auf die Region einlassen. Das habe ich mir fest vorgenommen. Ich komme unvoreingenommen und freue mich einfach, alles neu zu entdecken hier. Dann bedanken wir uns für das Interview, wünschen dir ganz viel Erfolg für deine Zeit in Augsburg. Das ist nett, danke sehr.